Nummer 5. 6 Naturwollbällchen für den Trockner, haben eine weichmachende Funktion, die Bällchen können bis zu 1000 Mal wiederverwendet werden, reduzieren die Falten der Kleidung, verkürzen die Trockenzeit um 20% dank der ausgezeichneten Aufnahmefähigkeit der Wolle. Sie sind natürliche und sichere Produkte für alle Hauttypen. Sie können jeder Kugel einen Tropfen ihres bevorzugten ätherischen Öls hinzufügen, um eine weiche und duftende Wäsche zu erhalten. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4. Trocknen der Plakette mit Wildtorchidenduft, 15 Trockenzyklen mit einer Plakette, Wäsche lange parfümiert ohne das Risiko, den Trockner oder die Gewebe zu beschädigen, legen Sie die Plakette direkt in den Korb des Trockners zusammen mit der Wäsche oder gefärbten Wäsche. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 3. Ökologische Wolkneuel für Wäschetrockner, ein natürlicher, wiederverwendbarer Weichspüler für mehrere Zyklen, Duftstoff für ätherische Öle, im Paket enthalten ist ein zusammenklappbarer Wäschekorb. Dank des hohen Anteils an N-A-T-Ü-R-L-A-N-O-L-I-N-E machen die Bälle die Wäsche so weich, dass Sie auch den Weichspüler einsparen können, indem Sie unserem Planeten eine Hand reichen und zusätzlich die Faltenbildung beim Trocknen reduzieren. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 2. Honey Nature, Parfümeur für Trockner, für einen frischen Duft, der bis zu vier Wochen anhält, Duft von blumigen Aromen und natürlicher Harmonie, erstellt von den Parfümeuren der Provence für die Honigfirma, weiches und auch angenehm duftendes Leinen, während des Trocknens umhüllen die neuen Honigparfümeure die Kleidungsstücke mit ihrem Lieblingsduft. Erhältlich in verschiedenen Duftnoten. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Lenore, Laken für den Trockner, 34 Stück für ein frisches und duftendes Leinen auch nach dem Trocknen, reduziert die Faltenbildung und erleichtert das Bügeln. Reduziert elektrostatische Aufladungen. In dem geliebten frischen April Lenore Parfüm. Bewährte Weichheit und Frische. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung.